Hey Freunde, kleine Werbeunterbrechung, bevor das Video losgeht, meine eigenen Adventskalender für Weihnachten sind jetzt in meinem neuen Shop verfügbar, also auf danielshop.de könnt ihr den ab sofort vorbestellen, aber nur bis zum 15.11., damit er auch pünktlich am 28.11. bei dir zu Hause ankommt und als kleines Highlight gibt es auch noch eine handsignierte Autogrammkarte von mir dazu, also lasst euch diese Chance auf keinen Fall entgehen und schnappt zu Freunde und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Vitamine, der Gruselfilm, ich habe keine Lust mehr, das ist viel zu gruselig. Oh Mann, gehörte ich auch da, wir sollten am besten rausgehen hier, oh mein Gott, tschüss. Oh ja, und hey, Freunde, seid ihr auch da, freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt und Freunde, bevor wir jetzt so richtig mit dem Video beginnen, es würde mich super freuen, wenn ihr dem Video jetzt mal einen Daumen nach oben geben könntet und Freunde, ganz ganz wichtig, abonnieren und Glock aktivieren, nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und Freunde, Oh ja, wir haben gerade einen Gruselfilm geguckt, weil jetzt ist ja bald wieder Halloween und alle Gruselfilme laufen wieder im Fernsehen. Oh yeah, aber, oh Gott, ich habe mega Angst, Daniel, aber soll ich dir was zeigen? Oh, was denn? Ich habe ein Gruselkostüm. Oh, zeig mal! Hast du dich jetzt schon so gruselig verkleidet, also so Klamotten? Ja, eigentlich schon, oh, ich könnte auch einen, was soll ich, oh, ja, warte, Daniel. Okay, warte mal, ich gucke mal ganz kurz weg, warte, Freunde, ich habe nämlich zu Halloween auch schon ein mega cooles Kostüm, wenn ihr wollt, dann zeige ich euch das im nächsten Video, aber dann gebt dafür erstmal einen Daumen nach oben, dann zeige ich euch, das wird mega cool. Bist du fertig? Und guck mal! Hi, wie cool ist das denn? Oh, Zombie! Oh, ich habe Angst vor dir. Oh yeah. Warte mal, so könnten wir eigentlich die Leute pranken. Auf jeden Fall, und du solltest dir langsam auch mal ein Kostüm aussuchen. Ja, ich habe eins, ich zeige dir das später, okay? Oh yeah, aber jetzt, was wollen wir überhaupt machen? Ich meine, wollen wir ein bisschen die Leute erschrecken und nach Süßes oder Saures fragen? Hm, aber es ist doch gar nicht Halloween. Halloween. Oh, stimmt, eigentlich hast du auch wieder recht. Oh, Mann, oh. Hey, aber die Bomben nehme ich gerne. Ey, das sind meine Bomben. Etty Bad, aber, Vitamine, ich habe eine Frage an dich. Vor was hast du mehr Angst? Vor Geistern oder Clowns? Oh, Mann, für Teddybären. Teddybären? Nein, natürlich, vor Geistern, Mensch. Geistern, oh, Mann, oh, Mann. Ich glaube, beides ist wirklich mega ängstlich, ey. Das stimmt, aber Clowns, kennst du Pennywise, der immer mit diesem roten Ballon rumschwirrt, das ist auch vergruselig. Natürlich, er hat mich schon einmal mitgenommen in sein Schloss. Oh Gott, ich habe jetzt Angst, Daniel, aber, oh, Mann, nein, lass uns erst mal ein Eis verdrücken beim Eismann. Okay, aber, Vitamine. Ja, Daniel? Wenn wir schon über so Gruselsachen reden, schau mal da drüben. Warte mal, was ist das? Das ist die neue Gruselstaat. Hä? Hey. Da ist doch ein Geist. Warte mal, bin ich blind auf deinen Augen? Warte mal, habe ich meine Augen zu? Hab ich das auch gesehen? Hast du das auch gesehen? Schlag mich mal, Daniel. Ja. Warte mal, da rennt doch jemand. Hey, warte mal, ich habe noch ein Ei. Warte mal, ich wirf das drüber und... Hey, du Typ da drüben. Hallo? Der bewegt sich nicht, der sagt nicht. Oh, oh, warte mal. Warte mal, aber da ist eine Brücke. Am besten sollten wir mal kurz hier rangehen. Sollen wir es wirklich machen? Ich weiß es nicht, Daniel. Ich glaube, das wäre die beste Idee. Oh, Mann, eigentlich habe ich voll Angst vor Geistern, aber... Aber ich bin auch schon neugierig. Du auch, oder? Oh, ja, vielleicht gibt dir ein paar Süßigkeiten. Dem nehme ich auch mit. Hey, Moment, weil du sind immer noch mal... Dankeschön. Ah, Daniel. Und, okay, Vitamine, bist du bereit? Oink, 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 oink. Oh, warte mal. Wer von euch ist jetzt der echte Vitamine? Oh, du bist der echte. Oh, Mann, ich wusste es doch. Okay, komm mit. Okay, okay, komm mit, dein Schwein. Achso, da bist du. Hey, Daniel. Okay, warte mal. Ich verstecke mich hier in den Hügel. Mann, du siehst genauso aus wie das Gras hier. Du tanzt sicher voll. Echt mal? Ihr seht mich überhaupt nicht, stimmt's? Oh, Mann, du hast immer noch dieses Salat auf deinem Kopf, ey. Und warte mal, da steht sogar ein Clown. Nein, oder? Komm doch mal her. Oh, nein. Warte mal. Warte mal. Das ist doch jetzt das schlimmste Szenario. So ein Geist und ein Clown? Aber der Clown ist nicht Pennywise. Da haben wir Glück, oder? Hey, komm doch, schwimm hier. Oh, ich bin so hässlich. Keiner will mit mir spielen. Oh, da hinten ist der Geist. Warte mal. Was hat dir gesagt, keiner will mit ihm spielen? Oh, ja, weil das so hässlich ist. Aber eigentlich mag ich den, der war ja nicht böse zu uns. Aber der versperrt uns den Weg. Was ist, wenn er eine Kettensäge rausholt? Oh, mein Gott. Dann sollten wir unter der Brücke durch, oder? Oh, ganz genau. Okay, lass uns einfach mal hier so auf der Seite. Und ich sehe die ganze Zeit hinten so einen Geist rumschwirren. Oh, Gott. Hey, das ist so ängstlich. Okay, lass uns links vorbeigehen. Okay, okay, okay. Oh, mein Gott, er sieht ihn. Er hat mich gesehen. Oh, mein Gott, Daniel. Lass uns auf das Haus gehen, okay? Okay, okay, okay. Warte mal. Und jetzt? Warte. Was ist denn das hier für eine Stadt? Der Clown sieht uns immer noch. Oh, Mann, egal, Daniel. Aber was war das? Das ist doch ein Geist. Da ist er. Wo? Wo ist der Geist? Ah. Was will ich machen, Daniel? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Warte mal, wir können ja rüber ins Haus rennen. Da ist die Tür offen. Obwohl, ich weiß nicht. Okay, sollen wir rein? Oh, ja. Tschüss, Daniel. Oh, mein Gott. Schnell, 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 schnell. Rein, 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 rein. Bist du da? Perfekt. Oh, mein Gott, das war mega knapp. Warte mal, hörst du diese Geräusche vom Geist? Ja, warte mal. Hallo? Ah, nee, wir müssen ja leise sein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hast du das gesehen? Ist der hier vorbeigeflogen? Ja, am Fenster. Oh, Mann, warte mal. Ich gucke mal raus. Ich habe mega, mega Angst. Ah. Oh, Gott. Daniel. Das warst du, oder? Das warst du. Nein. Daniel. Du willst ja raus, Daniel. Lass uns. Ah, das ist der Geist. Oh, nein. Weg, weg, weg. Der ist da. Oh, Gott, oh, Gott. Wo sind wir hin? Da sind wir klauen. Ist er böse? Er spielt doch mit mir. Er kennt sich. Ich bin. Tschüss. Oh, Daniel. Aber hier drinnen können wir doch auch nicht bleiben. Hier sind wir eingesperrt. Oh, was haben wir uns so gedacht, dass wir hier hingehen? Ich glaube, das war keine gute Idee, aber er hat da vorhin eine Kiste gesehen. Okay, Daniel, tschüss. Oh, tschüss. Oh, lass uns nach Hause gehen. Wir müssen ins andere Zimmer. Nein, nein, nein. Okay, los, los, los. Okay, ich bin der Mann. Eigentlich das nicht für ein Tempel. Oh, mein Gott. Ich weiß es nicht, Daniel, aber ich sehe deine Kiste und ein Geist. Oh, hallo. Oh, oh. Das ist, glaube ich, nicht normal hier. Was passiert hier? Es ist einfach nur komplett gruselig gerade. Oh, das ist eigentlich... Oh, oh, oh. Vitamine, sind wir dran? Ich weiß es nicht, aber da ist eine Kiste, Daniel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin erschrocken, ey. Oh, mein Gott, ich mich auch, ey. Oh, Gott, oh, Gott. So. Aber was sollen wir machen? Ist da vielleicht irgendwas in der Kiste? Warte mal. Ja, du kannst... Vielleicht ist es eine Falle. Die Süßigkeit. Nein, Daniel, was ist das für ein Geist? Oh, Mann, du hast mich geprankt. Oh, Mann, schnell. Warte mal. Was ist hier drin? Es ist da gar nichts drin. Oh, mein Gott. Daniel, was sollen wir machen? Ja, ich glaube auch. Lass uns nach Hause gehen, oder? Ja, das ist das Beste. In welche Richtung? Tschüss. Aber ich kann... Oh, Gott, Daniel, wir können doch nicht schwimmen. Nein. Ich kann schwimmen. Ich habe schon das Seeköllchen. Oh, Vitamine los. Oh, mein Gott, da ist der Geist. Nein, Daniel, ich kann nicht schwimmen. Hier sind Seerosen. Ich bring das rüber. Okay, los. Mann, ey, Freunde, was war das denn? Warte mal. Wir können nicht rüber, oder? Ich baue das kurz kaputt. Nein, egal, warte, guck, wir gehen auf hier rum, schnell. Okay, schnell. Oh, Gott, oh, Gott. Kommt der Geist uns hinterher? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ich sehe ihn. Oh, mein Gott, oh, Gott, oh, Gott. Kommt er? Warte mal, ich mache eine Essensspur, Daniel. Nein, doch nicht für den Geist. Zack, zack, zack. Dann kann der Geist uns gleich folgen. So, hier ein paar Bonbons. Oh, ich sehe ihn. Oh, oh, oh. Guckt er mich an? Oh, hey, Geist, wenn du mich hörst, spring mal. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Daniel, was hast du gemacht? Du hast eine Spur gemacht. Er folgt uns gleich doch. Äh, Daniel, du musst der Spur folgen. Dann findest du mich. Oh, okay, ich folge die Spur. Oh, mein Gott. Ich folge die Spur. Wo bist du denn langgegangen? Hey, du. Ich sehe dich. Ist der Spur nicht langgegangen? Oh, je. Warte mal. Vielleicht macht das jetzt der Geist, oder? Warte mal. Nein, nicht, dass der Geist kommt. Oh, warte, ich gucke mal da um die Ecke. Ist der da? Warte mal. Schnell wieder die Sachen einsammeln. Warte mal, ich habe Angst vor dem. Schnell einsammeln. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir noch mal. Aber der Geist ist, glaube ich, nur da drin, oder? Lass uns in mein Haus gehen, okay? Okay, 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 Daniel. Wir müssen in dein Haus. Zack, zack, zack. Bis nicht, ich hänge fest. Oh, ich bin echt dick geworden. Kommt der Geist um die Ecke? Ich gucke mal. Äh, nein, bis jetzt noch nicht. Gar nix. Okay, wir haben Glück gehabt. Aber trotzdem sollten wir jetzt langsam nach Hause gehen. Das war überhaupt keine gute Idee heute. Tschüss. Willst du bei mir übernachten? Oh, ja, auf jeden Fall, Daniel. Tschüss, ich gehe schon mal hoch. Hey, die Tür aufmachen. Hey, du dicki. Oh, Mann, ey, ey, ey. Okay, lass uns in mein Bett gehen. Gute Nacht, Freunde. Oh, Gott. Siehst du das? Guck mal durch das Fenster. Oh, Gott, oh, Gott. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Ich will gar nichts mehr. Ich will nach Hause. Oh, Gott, oh, Gott. Warte, sieht er uns? Äh, nein. Oh, der kann fliegen, Vitamine. Er sieht uns, er guckt uns direkt in die Augen. Der guckt uns wirklich in die Augen. Oh, oh, der hat so feuerrote Augen. Oh, oh, was macht der? Der kommt immer näher. Der kommt immer näher. Der kommt immer näher. Was sollen wir machen? Mein Haus ist zu. Alles ist abgeschlossen. Oh, mein Gott, Daniel, weißt du was? Ich verstecke mich gerade im Bett. Tschüss. Hä? Hey, ah. Ich verstecke mich auch. Nein, Daniel, nicht du. Oh, nein, Daniel. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Daniel. Ich würde sagen, das war keine gute Idee, dass wir da hingegangen sind. Ich glaube, wir sind jetzt verflut. Aber, Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und, Freunde, abonnieren und Glock aktivieren, damit ihr keine weiteren Abenteuer... Oh, 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 oh. Wie, Daniel, was? Hey, geh weg von meinem Haus. Mach dich weg hier, du bist so geist. Oh, Mann. Okay, lass uns die Toilette auf hier schlafen, in der Badewanne. Oh, ja, warte, warte. Ich muss noch mal... Oh, oh, oh. Oh, Mann, ich will dauerlich hier hin. Okay, Freunde, schaut auch bei Vitamine vorbei. Da haben wir megacoole Videos gemacht. Oh, Gott, oh, Gott. Und, ja, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Und Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.